Ja, dann nochmal die Steilstufen die wir aufhessen. So schaut das da aus und die Steile ist noch zu wenig Schnee. Servus und herzlich willkommen bei diesem Video. Heute bin ich mit dem Patrick unterwegs. Und wir hängen gerade lustig in der Steilstufen umeinander. Ich zeige es mir kurz, da geht es oben und dann geht es oben. Und wir machen heute die Alpspitzüberschreitung. Wenn ihr da mit dabei sein wollt, dann bleibt dran. Der Alpspitzklettersteig oder auch Alpspitzverrater zählt im Sommer zu den einfacheren Klettersteigen. Mit einer Schwierigkeit von B stellt er einen guten Einstiegsklettersteig dar. Jedoch zählt diese Einstufung im Winter nicht. Schnee und Eis lassen Steighöfen und Seile verschwinden. Gerade die Passage unter Nordwestgrat ist bei übermäßig viel Schnee sehr lawinengefährdet. Dann haben wir die Steilstufen, die wir aufhessen haben, von oben gesehen. Könnt ihr auch ungefähr ahnen wie steil das war. Also es ging gut. Es ging wirklich gut. Und so jetzt Servus. Ich bin Patrick unterwegs. Habt ihr eh schon gesehen beim Intro. Hier mit der Meute sind wir raus. Das haben wir davon. Weil wir so einen bekannten Berg machen. Dramatischer Titel. Ja, mit Absicht zu gewählt. Erst Anfang des Monats ereignete sich hier ein schwerer Unfall. Das Video soll dazu dienen, auf die Gefahren im Winter bei dieser Tour hinzuweisen. Denn leider wird das viel zu oft unterschätzt. Wer sich da unsicher ist, nimmt sich am besten am Bergführer. Wir haben für die Tour vorab die Verhältnisse recherchiert. Am besten geht es immer über Social Media, einfach zu schauen, ob die Tour schon gegangen ist. Und natürlich muss man in die Berg schauen, was das Wetter macht. Lawinenreport checken etc. Wer sich da unsicher ist, kann auch immer vor Ort bei den Bergführern nachfragen. Die geben gerne Auskunft. Im Anschluss möchte ich auf die Tour im Einzelnen eingehen. Bei unserer Tour damals hatten wir relativ wenig Schnee. Die Verhältnisse waren super, weil es abgeblasen war. Die Verhältnisse können aber auch ganz anders sein und auf das gehe ich jetzt in dem Video ein. Man sieht hier eine lustige Wandergesellschaft. Der Einstiegsbereich in den Klettersteg lässt sich in zwei Passagen unterteilen. Zwei kurze Klammerleitern und eine lange Klammerleiter. Heute ohne GoPro, der führ ich mit GoPro. Gerade der Einstieg stellt bei hoher Schneeauflage die erste Herausforderung dar. Wer hier bereits ein Problem bekommt, sollte die Tour abbrechen. Durch das steile Gelände zu Beginn des Klettersteigs befindet man sich unmittelbar im Absturzgelände. Hallo Leute! Schmeißt halt keinen Schnee da! Wichtige Anmerkung an dieser Stelle. Das Gehen mit Steigeisen und Pickel ist Grundvoraussetzung für diese Tour im Winter. Fotobombe! Kommen Sie auf! Ich glaube das dauert. Ich habe keine Ahnung. Wie ist es gefilmt? Ja! Auf YouTube! Auf YouTube! Auf YouTube! Pfff Wir händeln wieder einen Berg. Auch wenn er schnauft, ist der letzte Tipp. Genau die ersten paar Höhenmeter mit den Leuten haben wir gemacht, ging ganz gut, weil der Schnee ist fast keiner, ein wenig eisig und das seht ihr vom Patrick, der Tagesziel liegt da. Wir haben uns auch ganz gut vor die ganze Meute gesetzt, das werden wir jetzt auch halten. Nach dem ersten Steilaufschwung und vor der langen Klammerleiter berücksichtigt das Gelände kurzfristig. Hier muss im Winter mit sehr viel Schnee gerechnet werden. Bei unserer Begehung hatte der Wind an den Tagen zuvor die Nordseite relativ abgeblasen. Geht. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 So, unsere Aufstiegsrouten im Rückblick gehen gut. Da ist jetzt ein wenig Abblasen bis da oben, aber Steigeisen auszuzählen macht jetzt keinen Sinn. Ja, seht ihr, die Bedingungen sind eigentlich relativ gut, weil fast kein Schnee drin liegt. Noch ein Blick rüber. Da das Video zum Wachsensstoffe link ich euch da oben. Nach der Scharte der lustigen Bergler flacht das Gelände wieder etwas ab. Der Aufstieg zum Nordwestgrad beginnt. Hier kann es je nach Schneesituation zur Lawinengefährdung kommen. Auch ist es hier nicht untypisch, dass jegliche Steighilfe und Seile unterm Schnee verschwinden. Somit kann bei der entsprechenden Schneeauflage ein direkt gerader Aufstieg zum Nordwestgrad erfolgen. Auf dem Wetter her ist es brutal. Okay, das ist schon mal los. Okay, das ist schon mal los. Okay, das ist schon mal los. Druckausgleich. Muss ja meinen Kollegen vertreten. Ich würde es sonst immer übernehmen. Immer wieder ein paar Lorten. Wir beide schnaufen wie sonst irgendwas. Jetzt seht ihr die Spuren. Wir hatten über Klettkäseatmung. Bis dahin waren wir jetzt 40 Minuten unterwegs. Wir haben 230 Höhenmeter gemacht, laut meiner Uhr. So genau, ihr seht unsere Aufstiegsrouten bisher. Wir haben hier mit dem Patrick. Jetzt kommt man natürlich da drüben über die Seile auf oder hier einfach quer auf. Das werden wir jetzt machen und jetzt ziehen wir uns zumindest mal den Pickel auf Bereitschaft hinten im Rucksack rein, falls wir nicht brauchen. Wie vorhin bereits angemerkt, kann bei entsprechender Schneeauflage an manchen Stellen der direkte Aufstieg begonnen werden. Hier bewegen wir uns im Gelände bis zu 35 Grad steil. Auch sollte berücksichtigt werden, dass die nordseitige Exposition viel Eis und Vereisung mit sich bringen kann. Ich sag mal Cheese. Diese Scheiße, Ameisenkuchen. Ameisenkuchen, ja, schaut gut aus von da, würde ich sagen. Ja, dann haben wir die Steilstufen, die wir aufgestellt haben, von oben gesehen. Ihr könnt euch auch ungefähr ahnen, wie steil das war, also es ging gut. Es ging wirklich gut. Und zum Schluss wieder ein wenig steiler der ganze Steig. Das machen wir jetzt auch ganz gemütlich. Und dann geht es eh schon auf die Seiten zum Höllental um. Und jetzt hier nochmal, schaut es euch an. Und dann geht es euch an. Ja, genau. Ja, da wachelt seid es gut. Ja genau, Pickel muss weg. Ich packe jetzt da oben weg. Ja genau, 1 Stunde und 14 Minuten sind wir unterwegs. Knappe 400 Höhenmeter gemacht. Ja, man merkt einfach brutal die Weihnachtspause. Ein wenig. Und ja, jetzt gehts ich gleich auf die Seite zum Höllental rum. So genau, da gehts jetzt weiter rauf. Am Nordwestgrad angekommen verlässt man die nordseitige Exposition. Im Winter stellt der folgende Abschnitt die Schlüsselstelle dar. Der glatte Kessel und die folgenden Wegabschnitte sind im Vergleich zur vorherigen Aufstiegsroute weitaus mehr ausgesetzt. Gerade die Querung zur Tafel Abzweigung Matheisenkahr ist mit viel Schnee sehr anspruchsvoll und stellt eine ähnliche Anforderung wie die Querung zur Wiener Neustädter Hütte am Stopselzieher dar. Am Ende des Steigs und in der Rinne herrscht Absturzgefahr. Hier sind keine Fehler erlaubt. Schauen wir was der Akku macht. So Leute. Endspurt. Das Gipfelkreis sieht man schon. Das Gipfelkreis sieht man schon. Auch die letzte Passage direkt unter dem Gipfel sollte niemals unterschätzt werden. Hier kann Eis und Schnee das vermeintlich einfache Gelände anspruchsvoll gestalten. Da man sich immer noch oberhalb des Kessels befindet ist die Absturzfahr nach wie vor vorhanden. Das Gipfel. Das Gipfel. Das Gipfel. Das Gipfel. Das Gipfel. Das finde ich so ultimativ. Gipfel. So. Das ist ja zu klein. Das kurze Füße. Das ist immer schlecht am Berg. Das ist ja zu klein. Das ist alles gut. Das ist ja zu klein. Aber hier sind ja mein Glück. Need? Okay. so schau, dass da aus dem Steiger noch zu wenig Schnee ist so, packen wir es sauber, Bergheil, haben wir es geschafft, total ja, schaut es euch an, das Panorama der Wahnsinn ja genau, hinter mir seht ihr mal das Gipfelkreis aufgebracht haben wir jetzt eineinhalb Stunden von der Bahn unten und jetzt gibt es dann erst einmal eine Brotzeit Patrick lauft mal raus, schaut euch das Video zur Zugspitze ihr findet es auch auf meinem Kanal Achsenstor brutal und natürlich der Geif so genau, Pausen haben wir gemacht Gipfelspitze gab es auch das habe ich gesehen im Video schaut es schon mal vor, wir machen eine Überschreitung das heißt, jetzt geht es erstmal runter Richtung Bernadeinkopf der Abstieg erfolgt ostseitig ins Oberka gerade ostseitig kann auch jede Menge Schnee vorhanden sein die Verhältnisse sollten sorgfältig geprüft werden denn Lawinengefahr mit Höhne etwas So, Schlüsselstelle. Ja, vor allem mit Stecken in der Hand, gell. Genau, hängt gleich. Hä? Was ist das? Hä? Was ist das? ich weiß eigentlich eher da unten war das mal ein skilift oder was ist das vorbildlich ein pickel auf greifposition ich weiß dass der weg hier noch so abenteuerlich ist man läuft einfach die flanken aber hier ist ja noch ein bisschen ein gerad und das ist ein spaß was geil ich habe mir jetzt bis daher haben wir zwei stunden 20 minuten gebraucht jetzt stehen wir im schönen gänge der weitere abstieg erfolgt über die schönen gänge hier sollte man sich im klaren sein dass diese permanent im schatten liegen und mit sehr hoher wahrscheinlichkeit vereist sind das ist ja lange da ist auch noch mal eis aufpassen das ist aber auch hier mitunter die schwierigste stelle von dem ganzen ding also wenn man schwierig sagen kann der ist ein bisschen ungut schieß das ist Schuss So, auf den Zapfen. Ja, das ist immer, wenn man da nicht hinsiegt, ist so ein Scheiß und zu kurze Füße, gell? Ja. Hört sich ein wenig eisig an. So, 2 Stunden und 55 Minuten stehen wir jetzt unterhalb von den schönen Gängen. Stehen wir unterhalb von den schönen Gängen. Seht ihr, da sind wir runter. Und ja, da drüben hinten kann man unseren Einstiegspunkt mit dem Alpfittsverrater erahnen. Und jetzt wird das mal groß umgepackt abgelegt. Helm weg und alles. Und dann packen wir es weiter. Und wenn wir gut drauf sind, gehen wir den Jägersteig runter. Haben wir gesagt. Nein, das machen wir. So, sind wir wieder am Auto. Vier Stunden und da baut es noch die letzte. Also so, 55 Minuten, ich schreibe es korrekt, unten eine haben wir gebraucht. Jetzt sind wir da. Was gibt es zu sagen zu unserer Einstiegstour? Es war eine wunderbare Einstiegstour. Die erste Tour des Jahres. Gleich eine schöne Wintertour, wie sie eigentlich sein soll. Mit Schneekontakt und Steigeisen und Pickel und Helm. Ich glaube, wir haben uns faulerweise die ersten 1200 Höhenmeter gespart, weil wir mit der Bahn hochgefahren sind. Aber ich fand das jetzt nicht dramatisch. Dafür sind wir zu Fuß runtergelaufen. Ja, genau. Ja, Mai, was gibt es für diese Verhältnisse zu sagen? Es ist halt nicht wirklich Winter in die Berge. Es ist weniger Schnee drin, als man morint. Ein bisschen eisig. Trotzdem, Steigeisen hat es schon gebraucht. Und für alle, die sich nicht sicher sind, Gurt macht Sinn. Klettersteigset macht wahrscheinlich auch Sinn. Wenn man sich nicht sicher ist, auf jeden Fall. Genau. So. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es mir einen Kommentar. Wenn ihr bis dahin durchgehalten habt, wenn ihr den Kanal nicht abonniert habt, dann Abo-Button drücken. Und dann sage ich, wir sehen uns das nächste Mal. Es kommt der laute Zug. Wir sind weg und fahren ins Wochenende. Servus. Servus.